Es ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Das große Finale der Hylocare PDC Europe Super League 2020. Es kommt zum direkten Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Sieger der Super League. Wir begrüßen zuerst im Studio den Super League Champion von 2016 aus Kassel, Herkules, Dragutin, Horvath. Sein Gegner ist der Titelverteidiger und die deutsche WM-Sensation des letzten Jahres. Aus Niederaug kommt zu uns Nico Kurz. So, damit herzlich willkommen zum großen Showdown der Hylocare PDC Europe Super League. Es ist alles angerichtet. Es ist das Finale. 14 Vorrundenspiele liegen hinter beiden. Dazu noch Viertelfinale und Halbfinale. Und jetzt heißt es ein Match, das über die Teilnahme am Alley Perli bei der Darts WM Ende des Jahres entscheidet. Mit dabei, freue mich sehr auf die deutsche Nummer 1, Max Hopp. Servus Basti. Freuen wir uns auf ein tolles Finale. Definitiv unter Max. Für Finale muss man ja tatsächlich sagen, die beiden vorher im Practice Raum, das war alles sehr, sehr entspannt, sehr locker. Ja, wir waren ja vorhin nochmal unten und ja, beide waren sehr unaufgeregt, waren sehr locker drauf, haben ein paar Scherzchen gemacht. Wir haben ja hier zwei hessische Landsleute im Finale. Der eine aus Kassel, der andere aus der Nähe von Hanau. Und ja, beide freuen sich jetzt hier auf ein tolles Match und werden alles geben. Dazu noch der hessische Experte. Dann passt eigentlich alles jetzt fürs Finale, Max. Ja, tipptopp. Erbarmen zu spät, die Hesse kommen. So, Nico Kurz hat als erster die Möglichkeit, tatsächlich seinen Titel bei der Super League Deutschland zu verteidigen. Er gewann ja vergangenes Jahr mit 10 zu 6 im Finale gegen Martin Schindler. Mit Dragutin Horvath hat er den finalaffinsten Gegner überhaupt gezogen. Er gewann einmal. Er verlor schon zwei Finals. Er steht also zum vierten Mal bereits im Finale. Und damit wird es jetzt ernst. Das Auspullen hat Nico Kurz gewonnen. Er startet also hinein in dieses Finale. Dazu gleich eine Statistik hinterher, weil es auch so schön ist mit den Statistiken bei den Darts. Dragutin Horvath und das Auspullen. Wir haben das schon mal angesprochen mit den Darts. Also wenn er ein Match gestartet hat und das Auspullen gewann, gewann er elf. Alle elf Siege hat er so geholt. Und alle fünf Niederlagen, die er bislang kassiert hat, hat er gegen die Darts einstecken müssen. Also wenn er das Auspullen verloren hat, so viel vor diesem Finale. Max, wir haben das heute im Verlauf dieses Finaltags auch schon mal angesprochen. Auch bei dir dieses erste Gewinnen mal vor einem großen Turnier. Das haben die beiden jetzt schon hinter sich. Wird man cooler in einem Finale oder ist es immer noch schon was anderes als in Anführungszeichen ein normales Spiel? Ja, ein Finale ist natürlich immer ein besonderes Spiel. Aber natürlich, man wird lockerer, wenn man weiß, man hat so ein Finale schon mal für sich entscheiden können. Und das gibt einem natürlich viel Selbstvertrauen. Und ja, bei mir war es tatsächlich auch so ein Schlüsselmoment. Wenn man mal was Großes gewonnen hat, dann traut man sich bei jedem Turnier sehr, sehr viel zu. Und auch du hast ja die Super League schon mal gewonnen im Jahr 2014. Das ist jetzt mittlerweile tatsächlich auch schon eine Weile her. Da wurden viele Darts geworfen und gespielt seitdem. Max, für Nico Kurz ist das so ein Ding, dass er auch sieht, okay, letztes Jahr die Super League gewonnen gegen Martin Schindler. Da stand er tatsächlich im Viertelfinale eins gegen Manni Bildal, auch schon kurz vor dem Aus. Hatte Matchstarts gegen sich und alles. Also hat auch das überwunden. Der ist schon durch einiges durch jetzt in diesem einen Jahr. Und wenn du dann wieder das Finale schaffst als Titelverteidiger, da hast du natürlich Selbstvertrauen ohne Ende. Ja, definitiv. Also für Nico ist das heute ein ganz, ganz wichtiges Match. Er möchte natürlich unbedingt zur WM. Und ich finde, er hat über die letzten Jahre eine klasse Entwicklung genommen. Und sicherlich spielt die Super League dort auch eine zentrale Rolle, weil er darüber viel Erfahrung sammeln konnte. Und man merkt ja, er kommt auch durch die schweren Matches immer durch und setzt sich dadurch. Und das zeichnet einen guten Spieler aus. Targutin Horvath mit der Single. Eins versucht hier, Triple 17. Und so kommt Nico Kurz jetzt ans Occi mit der Möglichkeit, hier das erste Leg im Finale zu holen. Gespielt wird Best of 19. Heißt auch, man muss hier zehn Legs gewinnen, um das Finale zu holen. Ich denke mal, der erste Fall war nicht gewollt, aber sehr präzise. Sah schön aus auf jeden Fall. So, und lässt damit die ersten drei aufs Doppel-Offs. Der placht einen und er passt bei Targutin Horvath. Und der holt sich damit gleich das Break zum Auftakt und geht hier mit 1 zu 0 in Führung. Game on! Der Targutin, der ist schon abgezockt. Das muss man ihm lassen, auch immer Max. Auch der sieht das alles locker, der spült auch so alles von sich weg, weil er immer sagt, ah ja, Finale, jetzt schon alles erreicht und so passt schon mir eigentlich ganz egal, ob ich gewinne oder verliere. Dem ist natürlich nicht so. Aber das ist auch ein bisschen Psychologie, die da mitspielt und was er dann auch gerne raushaut. Ja klar, Dragutin, wer ihn kennt, ist ein lebensfroher Mensch und immer für einen guten Witz zu haben. Aber natürlich, man sieht es ja auch bei manchen Darts, er nimmt sich da nochmal Zeit, atmet durch. Und natürlich ist auch der am Ende des Tages aufgeregt. Und ja, er ist aber auch ein großer Kämpfer, das muss man sagen. Das hat man auch jetzt hier in der Super League wieder gesehen. Der beißt sich da rein und jetzt eben ist er dann auch so abgezockt, wenn jemand mal ein paar Pfeile auf dem Doppel liegen lässt, dass er sich das Leck dann auch holt. Und natürlich gibt es den Hinweis, wenn ihr nochmal nachschauen wollt, was sich da alles ereignet hat in den letzten fünf Wochen. Alles zu den Darts, natürlich zur Super League, auf sport1.de und in der kostenlosen Sport1-App. Sein letztes Finale, das Dragutin Horvath verlor vor zwei Jahren, war im Finale gegen Robi Majanovic, damals in Düsseldorf. Und wie gesagt, noch niemand hat seinen Titel verteidigt, einer hat tatsächlich zweimal eine Super League gewonnen. 180 jetzt von Nico Kurz, nämlich Robi Majanovic. Der hat nämlich einst mal die Eastern Super League gewonnen, um dann auch die deutsche Super League 2018 für sich zu holen. 100. Erster kommt gut. Dann wird jetzt die Triple 17 probieren, um sich 32 Punkte restzulassen. Rechnet nochmal nach, aber ich denke, diesen Weg wird er wählen. Als hätte ich es geahnt, wa? Sehr schön Doppel 16 reißt. Dragutin kann jetzt nur Druck ausüben. Das gelingt ihm, starke 134. Schauen wir mal, ob Nico jetzt stärker auf die Doppel ist, in Leg 2. So, Nico Kurz holt sich hier das Re-Break. Die 100. er ist heute über den tag hinweg sehr sicher immer mit den triplen dragutin horvath hatte mal eine kurze phase im halbfinale 1 2 wo die weniger kamen sich dann aber ganz schnell wieder gefangen und auch gefunden doch das sind die darts max du sagst es auch immer wieder jedes spiel jeder darts jedes leg jede einzelne aufnahme da ist so viel veränderung drin und jetzt die erste 180 von dragutin horvath und hin und wieder weißt du gar nicht warum das so ist und warum es dann ganz schnell wieder weg geht ja so ist das im darts manchmal ist der wurm drin und man kann sich das nicht so richtig erklären und es ist aber auch alles möglich also man wirft so viele darts man kann ganz schnell ein comeback starten und ja wenn man ein schlechtes leckert oder ein paar schlechte aufnahmen dann muss man das schnell abhaken positiv nach vorne schauen und es möglichst im nächsten leck besser machen und das haben wir eben bei nico gesehen leck 1 ging unglücklich verloren hat er ausgeglichen und ist auf dem weg sich hier sein zweites leck zu holen den hat er sehr schön draufgelegt 121 121 auch immer ein trainingsspielchen dass man gerne mal zockt max um die 121 ebenso schnell wie möglich rauszunehmen ja das stimmt und so geht es auf jeden fall es scheint mir als hat dragutin das vorhin noch mal trainiert vor dem finale starkes finish hier und wieder ein break bisher nur breaks hier in dem finale und das erste high finish in diesem match 121 gut ausgewichen von nico kurz und zwei schöne darts in die triple 19 aufnahme in die nico kurz jetzt schön rein grätschen kann mit einer hohen aufnahme kann er das leg in die hand nehmen macht er macht er macht er fast perfekt so jetzt fast punkt gleich aber nico kurz hat eben noch drei darts in der hinterhand weil er gegen die darts dieses leg gestartet hat 100 beide mit einem exzellenten timing immer wieder im spiel zu sehen nico kurz der immer wieder in der lage ist große zahlen zu werfen um den gegner ein bisschen eins auszuwischen dragutin horwart du hast es auch schon angesprochen max mit einem sehr guten timing immer so die fehler von einem gegner ausnutzen schau mal schade schade dass wir jetzt eine gute antwort auf die 121 von dragutin eben gewesen schade dass der fall nicht reingehen triple 19 passt nicht ja somit kriegt nico jetzt auf jeden fall drei darts um das erneute rebrake zu schaffen nico you require 40 doppel 10 20 das ist jetzt eine gute gelegenheit für dragutin könnte sich das leck wieder abstauben und würde damit zum ersten mal mit den darts ein leck gewinnen und würde damit auch mal ein break bestätigen 36 nico you require 20 doppel fünf das war zuletzt gegen gaga clemens sein matchstart nico kurz hat auch gesagt er hatte so ein zitter in der hand diesmal macht er es und gleich zum 2 zu 2 aus throw first game on und natürlich wenn euch die darts interessieren wenn ihr bock hat selber mal zu spielen es braucht nicht viel es braucht ein dartboard es braucht einen abstand von 237 und es braucht natürlich die darts der stars zum nachspielen die bekommt ihr online oder natürlich im dartshop fachhand 140 guter auftakt jetzt wieder von dragutin horwart wieder gegen die darts max du kennst das auch mit diesen breaks auch wir machen kleine pausen nach dem fünften und nach dem zehnten leck ist das wichtig wie man in so eine pause geht um dann aus so einer pause wieder gut raus zu kommen ja definitiv das letzte leck hängt meistens noch so ein bisschen nach ja eine pause kann sowohl gut als auch schlecht sein wenn du gut im rhythmus und gerade echten lauf hast dann unterbricht dich halt die pause auf der anderen seite wenn es vorher noch nicht so gut lief hast du die chance vielleicht noch mal ein paar probewürfe auf die doppelfelder zu machen die eben nicht so gut liefen und einige fehler noch mal zu korrigieren jeder nutzt die pause unterschiedlich der eine geht aufs klo der andere atmet mal durch und der andere bleibt an der scheibe und wirft eifrig weiter dass er halt warm und im rhythmus bleibt da hat jeder eine andere taktik 41 zweimal die 41 in folge jetzt von dragutin horwart ja 60 nico kurz hat schon finnisch 154 punkte setzt noch mal ab dragutin steckt gut ja dann kommen sie auch wieder 140 nico you require 154 spielen beide von beginn weg average jenseits der 90 in diesem finale 44 rutscht ihm dann die vier ab dragutin you require 139 60 rest bei dragutin horwart jetzt bloß nicht überwerfen wird er sich denken bloß nicht dass er dann auch in die triple 20 abrutscht aber stellt sich die 40 punkte nico jetzt die gelegenheit mit diesem monster check out in die pause zu gehen erster passt zweiter passt tops um die 110 hier rauszunehmen vor nico kurz auch da passt das timing und damit geht es hier gleich weiter im finale der super league und wir kommen zurück zum finale der hüllo care pdc europe super league nico kurz gegen dragutin horwart nico kurz hat vor diesem break als erster ein lag mit den darts gewonnen und ging somit einem 110er high finish in die pause jetzt startet also dragutin horwart in leg nummer 6 41 die super league seit 2013 gibt es die in deinem jahr als du gewonnen hast 2014 weil er viele spieler auch sagen hier im studio das ist richtig heiß und die sind froh wenn da mal wieder die tür aufgeht und ordentlich durchgelüftet wird ihr hattet 2014 auch ein highlight das war einst in rottgau als es so unfassbar heiß war als man sogar in kurzen hosen spielen durfte kannst du dich noch erinnern ja ich kann mich da tatsächlich noch dran erinnern ja wir haben dann natürlich auch im sommer gespielt und das war es war mörder heiß also und dann wurde das regelwerk mal kurz außer kraft gesetzt und wir durften in kurzen hosen antreten wird es wahrscheinlich in der form nie wieder geben aber bleibt definitiv definitiv das bleibt in erinnerung mir ist tatsächlich auch früher mal passiert dass mir die naht von der hose beim turnier geplatzt ist und ich hatte nur diese eine hose dabei da mussten wir das irgendwie flicken dass ich dann doch noch spielberechtigt war also manchmal passieren sachen die sieht man so nicht kommen es ist ja hin und es ist ja tatsächlich sehr streng von der kleine ordnung beim darts auch ein bisschen gelockert hat sich das mit den schuhen mittlerweile tatsächlich genau bei den schuhen waren sie früher sehr penibel also das mussten immer schwarze lackschuhe sein inzwischen schwarze sport sneaker beziehungsweise das schwarz wird jetzt gar nicht mehr so eng gesehen also die dürfen auch leicht grau sein und ja nachdem der weltmeister da den trend vorgibt mittlerweile genau den schuhen ist das schwer das schwarze einzuhalten würde ich auch sagen auch mit den hosen ich glaube nikos hose ist jetzt auch nicht komplett schwarz das ist eine anzugshose keine frage aber peter wright macht ja wirklich alles was jetzt nicht unbedingt der kleiderordnung entspricht von daher wurde das dann auch ein bisschen gelockert 43 der ist ja kunterbund ich glaube es wäre eher ungewohnt wenn wir den mal wirklich in schwarzer hose und ohne gefärbte haare sehen man sagt ja tatsächlich auch abseits des dartboard erkennst du den gar nicht wenn du den auf der straße treffen würdest ja das stimmt das stimmt sieht auch wirklich anders aus ich habe ein paar mal schon ohne seine bunten haare gesehen und da denkst du wirklich okay das ist peter wright 94 für tops wichtiger dafür guter versuch nico you require 52 hat wirklich einen wichtigen dart dort liegen lassen 12 für die doppel 20 der rutscht ihm ab in die 9 muss er korrigieren damit nur ein dart auf tops und der fehlt jetzt sind wirklich kleinigkeiten die dann oft der schwere folgen haben können so wie jetzt weil dragutin hovard der eigentlich raus war aus diesem lake plötzlich wieder da ist da sein kann doppel 10 noch einen 30 man merkt es geht um so viel nico you require 20 nico you require 20 da kriegt er den dann noch rein der geht da zu weit innen damit lassen beide hier ordentlich liegen auf die doppel so das kennen wir aus dem halbfinale dieses durchatmen noch mal von dragutin hovard und danach klappt es auch er gleicht zum 3 zu 3 aus und der hinweis noch mal die darts gehen auch nach diesem super league finale weiter am 24 juni die drive in darts gala zu hannover wie ihr an tickets kommen könnt das sagen wir euch auf sport 1.de slash darts minus sport und max wird auch mit dabei sein. im feld neben devin petersen raymond van barneveld und michael van gervin 180 dragutin hovard ganz stark jetzt von dragutin startet perfekt in das leck auf nico mit zwei trippeln die liefern sich hier einen offenen schlagabtausch jeder will so gerne wieder in den legendären elli pelly das ist natürlich auch zwei spieler ohne pdc tourkarte muss man auch vielleicht mal sagen max da hast du nicht so viele möglichkeiten zur wm zu kommen gerade jetzt wo niemand mehr weiß wie wird wo was noch gespielt dieser qualifier ist der einzige der dich in deutschland außerhalb der pdc tourkarten holder eben zu einem wm teilnehmer machen kann. ja du sagst es basti während zum beispiel gabriel clemens oder auch ich die chance noch über die rangliste haben ist das hier für nico und dragutin die einzigste möglichkeit das wm ticket zu lösen und dementsprechend hat man es jetzt auch gesehen auf die doppel beide wissen wie wichtig solche darts sein können und sind dann natürlich auch ein bisschen aufgeregt und ja schauen wir mal es wird auf jeden fall spannend das steht fest klasse hier von nico und diese zahl kann dragutin jetzt rausnehmen aber das wäre schon brett erste ist drüber so steht bei 100 60 und lässt 80 rest 55 so wieder zwei auf tops für nico kurz einen auf die doppel 10 und der passt so was am anfang noch funktioniert hat nämlich das breaking beziehungsweise gegen die darts zu gewinnen funktioniert nicht mehr jetzt wieder jede in der spur jeder gewinnt seine darts 100 und noch der hinweis morgen 20 uhr 15 live die basketball bundesliga auch die ja in etwas anderer form morgen die partie berlin gegen ludwigsburg live auf 100 100 die stecken klasse die stecken klasse und tankt der hier voll dragutin horwart Nummer drei match für ihn das ist oft so wenn bei ihm der erste steckt dann kommt meistens ne 180 zustande gleiches gilt hier für nico der erste hat sehr sehr gut im trippel gesteckt 100 Max, was man ja auch immer so spekuliert oder gegen wen man auch spielt, wie man auch spielt, ist es tatsächlich so, auch wenn man Darts ja für sich spielt und eigentlich auch in gewisser Weise gegen sich spielt. Ah, einen Robin Hood haben wir hier von Draguti Norvats, der sitzt obendrauf. Und so war der Letzte enorm wichtig, dass der noch in der Triple 20 gelandet war. Aber ist es trotzdem auch so, dass du dich am Gegner ein bisschen hochziehst, wenn der eine eine 180 wirft, dass du dann schon nochmal gepusht wirst auch? Ja klar, man kann sich gegenseitig hochschaukeln, man kann sich auch gegenseitig pushen in so einem Match. Man merkt schon, wenn der Gegner stark aufschlägt, dann weiß man, okay, Mist, ich muss mitziehen, sonst rennt er mir hier davon. Und ja, dann verbessert sich natürlich auch das eigene Spiel. Boah, stark, Doppel-12, knapp verpasst. Aber trotzdem, ganz stark von Draguti. Niko Kurz muss stellen, muss so weit runter wie möglich kommen. Auch hier wichtig, der letzte Dart in der Triple 19. Und Dragutin Horvath für die Doppel-6. Passt. Und damit erneut der Ausgleich zum 4 zu 4. Wir haben das im Halbfinale auch schon gesehen, aber immer wieder trotzdem interessant, vielleicht für einige, die jetzt erst dazukommen. Max, du hast es auch gesagt, die Darts von Dragutin Horvath, man sieht das sehr gut, wenn er ausmacht auf die Doppel. Die machen so eine kleine Curve von rechts nach links wieder rein ins Feld. Ja, das stimmt. Dragutin hat ja einen sehr eigenen Wurfstil und gibt dem Dart hinten nochmal so einen kleinen Dreher mit. Und ja, das sieht man dann manchmal gerade auf die Doppel sehr schön, wenn der Pfeil dann ins Doppelfeld fliegt. Jetzt auch wieder gut angefangen mit 140. 85. So, und die Dinger kommen jetzt sehr, sehr gut im Moment bei Dragutin Horvath. Ja, sehr solide am Scoren. Nico aber auch, ihm fehlen jetzt gerade so ein bisschen die Power-Scores. So eine 180 würde ihm jetzt momentan sicherlich gut tun. 60. Bleibt jetzt ohne Triple. Es ist sein Leg. Das heißt, Dragutin Horvath kann das jetzt in die Hände bekommen. Und spielt sich als Erster in den Finish-Bereich. 140, 100, 140. Die ersten neun Darts punkten richtig bei Dragutin Horvath. Der steckt sehr schön für Nico. Bringt sich jetzt auch in den Finish-Bereich. Leider doch nicht. Triple-Ans erwischt mit dem letzten Darts. Dragutin, you require 121. Die 121 hat Horvath eben schon mal gecheckt. Doppel 18. Doppel 18 nimmt die 121 raus. Zum nächsten Break. Dragutin Horvath. It's Dragutin to throw first. Der spielt ordentlich auf im Moment nach diesem Break hier. Dragutin Horvath. Gesamt-Average im Moment liegt bei 94 von Dragutin. Das ist ein starker Anfang hier von Nico. Die 140 tut ihm gut. Und auch das ist so wichtig, denn wir sind im zehnten Leg. Heißt, da gibt es wieder eine kleine Pause. Geht man mit zwei vor oder auf Nico's Kurzseite kannst du hier nochmal ausgleichen. Und dann praktisch wieder von Null starten nach dem Break. Sehr, sehr wichtig diese Darts jetzt. Nervenstark. Scoring wieder da bei Nico Kurz. Bei dem wir vom Stil immer wieder sehen. Er steht so gefestigt am Occy. Er hat minimale Bewegung. Heißt auch fast keine Abweichung. Dann immer in seinen Würfen. Ein sehr gepflegter Wurfstil von Nico Kurz. Ja, das stimmt. Der Wurfstil ist so gepflegt wie die Haare. Hat einen sehr, sehr schönen, schönen geraden Wurf. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. 100. Es spielt auf jeden Klasse Leck. Zweimal 140, einmal die 100. Bleibt somit Dragutin Horvath dicht auf den Fersen. Der wird die 118 Punkte nicht checken. Und somit die Gelegenheit auszugleichen. 121 Punkte für Nico Kurz. 57, 57 und damit kommt Dragutin Horvath für die Doppelzwölf und die Möglichkeit auf 6 zu 4 zu stellen. Noch kein Spieler ging bislang mit zwei Legs hier in Führung in diesem Finale. Bis jetzt Dragutin Horvath holt sich hier das 6 zu 4 vor dem zweiten Break. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit auf 5.000 Euro und eines von 10 Sport 1 Starts Packages. Und dann geht es weiter hier mit dem Finale der Super League. 11th leg, it's Nico to throw first. Und wieder voll hinein ins Finale der Super League. Germany, es geht um das Ticket für die WM, für den Alli Perli im Dezember. Und dieses Finale zwischen Nico Kurz und Dragutin Horvath. Dragutin Horvath hat ein Break gemacht in diesem zweiten Abschnitt, wenn man so will, mit seinem High Finish. 121 hat das ausgenutzt und ist jetzt zwei Legs von Nico Kurz. Startet mit der 140 in sein Leg hinein, aber Dragutin bleibt dran, mit der 134 ebenfalls sehr gut hineingestartet. Und Max, wir haben das auch gesehen, du sagst es auch immer wieder, jeder geht mit solchen Sachen anders um, versucht zu korrigieren. Wir haben gesehen in dem Break, Nico Kurz an Bord geblieben. Und du hast es gleich zu mir gesagt, auch um gleich zu korrigieren. Ja, richtig, richtig. Wir haben gesehen, Nico ist da geblieben und ich denke, er wird nochmal ein paar Darts auf die Doppelzwanzig geworfen haben. Und auch nochmal das bisschen auf Score. Und ja, wir sehen, er kommt super in das Leg, 140-100. Und ich denke, Nico wird jetzt angreifen und alles reinwerfen. Zehn Legs muss man gewinnen, um hier dieses Finale zu holen. 100. Am Ende des Jahres einen Startplatz im Alley Pally sicher zu haben. Er war bis jetzt einmal dort, Dragutin Horvath, als er 2016 die Super League gewann. Hier sehen wir den ersten Putzer von Dragutin. Kann sich nicht in den Finish-Bereich werfen. Gute Chance jetzt für Nico, zurück ins Spiel zu finden. 95. Sehr gut gemacht. 140. Was Dragutin weiter ausseitet, die Scores stimmen. Die Doppelquote sehr, sehr wichtig. Auch die stimmt bis jetzt bei ihm. 16 für die Doppelzwanzig. 26. Dragutin-Uniquar, 85. Das ist wieder eine gute Gelegenheit für Dragutin, sich hier ein bisschen abzusetzen. Das sind genau solche Situationen. Da ist der Dragutin eigentlich weg und plötzlich ist er wieder da. Doppelzehn und macht diese 85 aus und holt sich das nächste Leg zum 7 zu 4. Und es ist erneut ein Break. Und natürlich noch einmal für euch alles, was ihr wissen wollt und müsst aus der Welt des Darts auf sport1.de und in der kostenlosen App. Es sieht schon jetzt tatsächlich so ab dem sechsten, siebten Legs, Max glaube ich Sachen, wo man sagen kann, das sind Nadelstiche, die Dragutin setzt, wo das Timing stimmt, wo er so ein Gefühl hat. Okay, jetzt noch rein und da kann man den Gegner auch ein bisschen demotivieren. Allerdings nicht einen Nico Kurz, der kämpft mit seiner zweiten 180. Richtig, also ich denke auch, der Nico wird alles reinwerfen. Wir sehen es jetzt hier, er hat das sofort abgehakt und direkt mit 180 da angefangen. Und das ist auch eine seiner großen Stärken, dass er sehr schnell abhaken kann, sich wieder voll fokussiert. Und ja, ich würde Nico hier auf gar keinen Fall abschreiben. Der hat hier noch ein Wörtchen mitzureden. Und auch eben im Leck war es halt unglücklich. Also er fängt an mit 140, 100, 100 und hat dann leider wieder Pech auf die Doppel 20 gehabt. Aber gut, auch Dragutin kann vielleicht mal aufs Doppel 1, 2 Darts liegen lassen und dann wird Nico zur Stelle sein. Ich denke, das wird hinten raus noch ein richtig spannendes Final. Enorm wichtig für Nico Kurz, auch jetzt hier gleich das Re-Break zu schaffen. Ansonsten ist er insgesamt dann auch, wenn Dragutin das zieht, diese zwei Breaks hinten kann. Und dann sind nicht mehr so viele Lecks hier zu spielen. Sehr stark, schon wieder zwei Trippel. Hängt sich in eine gute Ausgangslage. 44. Kommt da nicht in den Finishbereich, Nico Kurz. Das heißt, Dragutin wird die 63 hier erst einmal spielen können. Wird aber definitiv nochmal ans Occy kommen, sollte er hier auslassen. 47. Jetzt eine große Aufnahme, um Druck auszuüben auf Dragutin. 24. Doppel 8, Dragutin Horvath zum 8, 4. Drei Darts in der Hand. Der zweite Passt. Dragutin Horvath. Und damit das 8 zu 4 für Dragutin Horvath. Und auch für euch gilt natürlich, die Darts der Stars zum Nachspielen oder einfach mal, um selber auf einer großen Bühne zu stehen, online oder im Darts-Shop-Fachhandel, könnt ihr euch da das nötige Equipment zulegen. Auch das wichtig aus Nikos Sicht, jetzt nicht aufgeben, nicht abschenken, nicht verzweifeln, sondern cool bleiben. Cool bleiben und fighten. Und ja, das kann Nico auf jeden Fall. Und noch ist hier nichts entschieden. Der steckt wieder sehr gut. Die 140 nach der 100 von Nico Kurz. Wir erleben von der Qualität auch wirklich ein sehr, sehr gutes Finale. Also bei Dragutin muss man sagen, er spielt wirklich klasse Darts, hat super Statistiken und ist vor allen Dingen sehr, sehr kalt schnäuzig auf die Doppel heute. Er spielt unglaublich beständig im Average am Anfang, haben beide angefangen, 92, 94. Dragutin zieht weiter hier durch in 12 Flakes, 96er Average, den er hier durchgehend spielt. 140. Nächste 140 von Nico Kurz. Genau das, was du gesagt hast vorhin, Max, die 100, 140, 140, kommst du auf die 121, die Dragutin heute hier sehr gut rausnimmt. Es ist an der Zeit für Nico, da auch mal anzusetzen. Nico, you require 121. Ich denke, es ist ein sehr guter Zeitpunkt. Wir erleben Dragutin jetzt zwei Aufnahmen ohne Triple. Vielleicht kriegt er jetzt so einen kleinen Knick und Nico kann das ausnutzen. Ja, der passt. So, passt. Ja, richtige Entscheidung. Er muss hier nicht aufs Pulsei gehen. Spielt auf Nummer sicher und hat gleich drei Darts für die Doppel-16. Perfekt gestellt von Nico Kurz. Und auch taktisch, sehr klug gespielt. Ja, wie so ein alter Routinier. 100. Niko, you require 32. So, und der zweite passt jetzt. Und damit der Anschluss von Nico Kurz. Da geht's Dragutin to throw first. Zum 5 zu 8. Und noch einmal der Hinweis auf die Darts. Es geht weiter mit einer ganz besonderen Sache, nämlich der Drive-In-Darts-Gala in Hannover am 24. Juni. Wie ihr an Karten kommt und wie ihr auch Max Hopp dann spielen sehen könnt, sagen wir euch auf sport.1.de slash darts minus sport. Max, auch für dich das was ganz Neues, was ganz Besonderes. Und sicher auch nach langer Zeit ohne wirkliche Darts schon ein Highlight wieder. Ja, definitiv. Ich meine, ich sitze jetzt hier und moderiere die Super League. Und mir juckt es aber natürlich selber auch in den Fingern. Und ich freue mich dann endlich wieder live Darts zu spielen. Und nicht nur zu Hause im Trainingszimmerchen. Aber ich finde, Nico scoret in dieser Phase des Spiels richtig gut. Hat wieder mit 140 angefangen. Und genau so musst du es machen, wenn du nochmal ein großes Comeback starten willst. 140 erneut von Dragutin. Aber der lässt halt auch nicht locker. Der spielt das so beständig durch. Immer wieder auch gut gerechnet, dass er auf gute Zahl kommt. 116 im Finishbereich und die nächste 180 von Nico Kurtz. Seine dritte, insgesamt die sechste in diesem Match. Ganz stark und gutes Timing von Nico. Jetzt hat er die Chance aufs Break. 121 Punkte. Max, es gibt verschiedene Wege, die 121 rauszunehmen. Was ist so deiner, den du sagst, das ist meiner, das wäre meiner? Ja, fast denselben Weg, den Nico hier gewählt hat. 20, triple 17 Bullseye. Aber natürlich, wenn man mit dem ersten da die dreifach 20 erwischt, dann bei 61 geht man in der Regel auf triple 11 für Doppel 14 oder einfach 11 für Bullseye. Ganz ehrlich, mir ist jeder Weg lieb. Hauptsache, er führt zum Sieg. Am Ende ist die Null. So schaut's aus, ja. So, Nico Kurtz. Big Point. 64. Ganz wichtig jetzt. So, der passt und auch die Doppel 20 ist wieder dabei. Nico Kurtz, er verkürzt auf 6 zu 8. Und holt ein erstes Re-Break. Ist immer noch. Eines hinten. Aber der Anfang für die Aufholjagd ist gemacht. Hat sich stark zurückgekämpft. Und das finde ich wirklich gut an Nico. Er hat dann mal hier und da vielleicht die eine Aufnahme verpasst. Aber er bleibt fokussiert und kämpft sich zurück. Das wird nochmal richtig eng hinten raus. Ich sag's dir. Ja, wie es für ein Finale auch sein soll, Max, oder? Ja, klar. Ich meine, klar, die beiden Spieler wollen es beide so schnell wie möglich für sich entscheiden. Aber ich glaube, ich spreche da auch für die Darts-Fohlschauer zu Hause. Ja, so ein bisschen Spannung. Das tut der Sache doch was Gutes. Und auch das ist immer wieder das Schöne, was man so hört. Möglichst schnell runter von dieser Bühne. Max, ihr macht nichts lieber, als diese Darts auf das C-Salp-Board zu werfen. Aber im Spiel wird man so schnell wie möglich da wieder weg. Ja, so schaut's aus. Weiter geht's. Beständig gut. Kleiner Ausreißer jetzt von Nico Kurz. Mal schauen, ob Dragutin Horvath da wieder direkt einen Konter setzen kann. Bleibt ohne Triple. Kein Triple. Heißt, die 55 auch ohne Folgen für Nico Kurz. Das kann er jetzt ausnutzen, sich in eine gute Ausgangsposition werfen. Der steckt gut. Der auch. Triple 17. Das Ganze jetzt noch verschönern. 137. Nee, er spielt zu unten. 137. Auch der steckt gut bei Dragutin. 100. Nico, you require 74. Ganz wichtige Darts für Nico Kurz. Doppel 20. Sie ist wieder da bei Nico Kurz. Und er verkürzt auf 7 zu 8. Gewinnt drei Legs in Folge jetzt Nico Kurz. Und jetzt ist er dieses eine Leg, dieses eine Break an Dragutin dran. Besser geht's nicht. Vierte 81. Er rundet hier seinen Auftakt in dieses Leg ab. Das nenne ich mal gutes Timing. 100. 96. Mit der 96. Dann durchaus bestätigt diese 180. Sehr schöner erster Dart von Nico Kurz. 140. Mit der 140 geht er mit. So, bereichert Dragutin das Ding hier nochmal. 145. Er bounced. Nee, er geht unten rein. 145 gespielt. Natürlich mitgerechnet Dragutin hier, damit er sich die 80 stellt. 60. Dragutin, you require 80. Doppel 10. Offensiv gespielt das Ganze hier von Dragutin Horvath. Aber er knickert auch das hier wieder rein und holt sich. Das 9 zu 7 ist damit noch ein Leg vom Titel entfernt. Und natürlich, klickt euch mal rein, schaut mal rein in der App oder auf sporteins.de. Da gibt es auch ganz nette kleine Videos von den Highlights, die die Darts immer wieder zu bieten haben. Max, starker Auftakt von Nico jetzt, aber er muss jetzt richtig. Ja, er muss alles reinwerfen, aber das macht er auch. Also, man kann da Nico in dieser Phase des Spiels gar nichts vorwerfen. Der spielt super Darts. Jetzt wieder mit 140 aufgeschlagen. Aber man muss halt auch einfach Dragutin fürs letzte Leg loben. Ich meine, das waren zwölf Darter. Das kannst du nicht viel besser spielen. 100. 100. Hält den Score weiter unglaublich hoch. Dragutin Horvath beständig seit dem zweiten Leg. 96er Average durchgespielt. Kaum Abweichungen. Keine Schwäche bis hierhin. Exzellent. Auf die Doppel, Dragutin Horvath. 9 von 21 steht da also bei fast 50 Prozent Checkoutquote. 43. Ja, nur 43 bei Dragutin. Max, ist das letzte Leg immer das schwerste? 140. Definitiv. Also, Dragutin hat jetzt im Kopf, komm, nur noch ein Leg, komm, nur noch ein Leg. Und ich bin wieder im Alli-Pally. Und Nico wird hier fighten bis aufs letzte. Und ja, es ist immer schwierig, diesen letzten Schritt zu gehen und dann auch wirklich die Matchstarts, die er eventuell bekommt, in den nächsten Legs, dann auch wirklich reinzuhauen. Also, es kann durchaus nochmal sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant hier werden. Wir werden sehen. Ich glaube, das Leg wird an Nico gehen. Dragutin hat noch keinen Finish. Doppel 18 für Nico. Und auch das holt er, er holt sich auch wieder diese Sicherheit aufs Doppel zurück, Nico Kurz. 8 zu 9, Aussicht von Nico Kurz. Und jetzt wirft Dragutin Horvath hier mit den Darts vielleicht zum Match an. Und startet aber nur mit einer 45. Richtig, und Nico kann das jetzt ausnutzen. Dann hätte er auch Anwurf im Entscheidungssatz. Im Entscheidungsleck. So, und gleich der erste sitzt bei Nico. Mit einer 140. Ganz stark. Startet er exzellent. Ganz stark. Klasse Konter von Dragutin. Kopf-an-Kopf-Rennen. Wichtiger letzter Dart von Nico Kurz. Ohne Triple Dragutin Horvath. Gute Gelegenheit bietet sich hier für Nico. Nutzt er. Ganz stark. Und nutzt das perfekt. Mit seiner vierten 180 spielt er sich ganz tief hinein in den Finish-Bereich. Und hat damit jetzt dann die Möglichkeit auf dieses Break, das uns dann ins Entscheidungsleck führen würde. Besser kann Finale ja nicht sein, Max, oder? Nee, geht nicht spannender. Klasse, der steckt. Doppel-12. Doppel-12 und Nico Kurz gleicht das Ganze hier tatsächlich noch einmal aus. Jetzt Nico zu throw first. 4 zu 8 war er hinten und startete dann mit dem Break zum 6 zu 8. Eine furiose Aufholjagd und hat jetzt die Möglichkeit zur Titelverteidigung anzuwerfen. Das muss man sich mal geben. Spielen die beiden hier exzellente Darts. Es ist eine Freude, so ein Finale hier miterleben zu können. Und trotzdem bleiben beide so cool. 100. Kein Trippel hier für Dragutin. Niko Kurz, immer wenn er den ersten so links ein bisschen reinsteuert. Seine fünfte, 180. Er verschönert hier die Trippel 20 und auch da wieder. Besser kannst du das nicht timen. 100. Und da könnte die 100 für Dragutin jetzt schon zu wenig sein, um nachzugehen. Niko Kurz im Finish-Bereich. Und der zockt das weiter durch. Boah, zum Match. Zum Match, erster Matchstart. Und er geht nicht drauf, ich sag's dir, er stellt sich. Er stellt sich. So schaut's aus. Und das nenne ich Coolness, sich wirklich in so einem Moment hinzustellen. 12 Darts, 32 zum Match gestellt von Niko Kurz. Nach 4,8 Rückstand kommt Niko Kurz. Jetzt hat Occi drei Darts in der Hand zum Match in der Super League zur Titelverteidigung. Nochmal die Doppel-Acht. Dragutin, you require 141. Erstmal ausgelassen. Und Dragutin Horvath die 141. Trippel 20. Trippel 19 für Doppel 12. Und für Doppel 12, Dragutin Horvath. Auch das war ein Matchstart. Eieieiei, gibt's ja gar nicht. Also die beiden geben sich das hier. So, und erstmal runterkommen. Die coolsten sind wahrscheinlich die beiden Jungs hier am Hockey. Nächster Matchstart, Niko Kurz. Vergeben, Doppel 2. Und jetzt passt er, der fünfte Matchstart von Niko Kurz. Der passt, er holt sich. Das 10 zu 9 ist zum zweiten Mal in Folge. Sieger der Super League und fährt im Dezember in den Alley Perley. Hammer. Was für ein Finale hier, Max. Boah, ich hab's jetzt auch nicht mehr auf dem Stuhl gehalten. Ich musste da kurz aufspringen. Das war ja wirklich nochmal richtig, richtig spannend hinten raus. Mich freut's für Niko. Herzlichen Glückwunsch. Mega. Auf der einen Seite Niko Kurz, Titelverteidiger als Erster, der diesen Titel holt. Auf der anderen Seite ist das natürlich schon auch ein bisschen tragisch. Dragutin Horvath, der zum dritten Mal das Finale der Super League verliert. Und wahrscheinlich in einer Art und Weise, wie es dramatischer kaum sein kann. Er hatte die Chance, mit einem gigantischen Finish da mit den 141 Punkten das Ding dann doch noch klarzumachen. Ja, und es sind Millimeter im Dart. Ich kenn's selber zu gut. Das ist echt bitter für Dragutin und umso schöner für Niko. Herzlichen Glückwunsch. Was für ein Finale, das wir hier erleben durften. 10 zu 9 gewinnen, Niko Kurz. Was für ein Finale bei der Hülocare PBC Europe Super League. Das sind die entscheidenden Sekunden. Hier der Matchstart für Dragutin Horvath. Es fehlen Millimeter und er hätte das Ticket zur Weltmeisterschaft hier gewonnen. Und wenige Sekunden später dann Niko Kurz mit der Chance bei 9 zu 9. Spannender geht's nicht. Auch da geht der Erste vorbei, aber dann rein ins Glück. Und das ist der Jubel dazu. Und jetzt ist er bei uns. Herzlichen Glückwunsch, Niko Kurz natürlich. Bevor wir gleich miteinander reden, freuen wir uns auch. Werner von Molke, der Geschäftsführer der PBC Europe, ist bei uns. Und jetzt kommt die Siegerehrung. Der feierliche Moment. Er darf nach London. Ja, ich möchte beiden Spielern gratulieren. Es war ein sensationelles Finale. Das Beste zum Schluss, kann man sagen, trifft heute zu. Niko, du hast es gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Mal. Ich freue mich sehr für dich. Und ich bin sicher, du wirst uns toll vertreten. Danke. Ein großer Moment. Wow. Also, er darf wieder zur Weltmeisterschaft fahren. Und Werner von Molke wird stolz sein, denn insgesamt war Darts Deutschland wirklich als Sieger hier in diesen Wochen repräsentiert. 16 sind angetreten und am Ende setzt sich der Jüngste wieder durch. Nico Kurz, was bedeutet Ihnen dieser Erfolg? Ja, es bedeutet mir alles. Ich meine, die Super League gibt uns die Chance, zum Alli Pelli zu kommen. Ich bin mega glücklich, mir fehlen mir so ein bisschen die Worte. Sie waren letztes Jahr schon da als Titelverteidiger. Durften Sie ja eben letztes Jahr schon hinfahren, also als Titelverteidiger der Super League. Wenn wir da nochmal die Bilder sehen, was haben Sie damals empfunden? Wie schön war dieser Genuss? Sie haben ja noch zwei Matches gewinnen können. Ja, es war ein Traum. Ich meine, ich habe mir das gar nicht alles so vorgestellt am Anfang, als ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich bei der WM mit dabei. Dass es am Ende so gut geklappt hat, dass es so ein kleiner Lauf geworden ist, macht mich umso stolzer. Ja, war ein Riesenerlebnis. Und die Party geht weiter, dann also im Dezember hoffentlich dann auch mit Zuschauern. All das ist noch unklar, aber klar ist, der Mann ist auf jeden Fall mit dabei. Nun darf man nicht vergessen, andere Darts, deutsche Darts-Profis gibt es halt schon erst nach wie vor auch bei den Stadtwerken in Hanau ja mit angestellt. Nun ist das ja auch wieder so eine Entscheidung mit 23, Mensch, wohin gehe ich? Richtung Profi oder Richtung Beruf? Momentan verbinden Sie beides. Ist das nach dem Sieg weiter der Plan? Das ist auf jeden Fall weiter so. Also das waren alles Erfahrungen, sind alles Erfahrungen, die ich mitnehme. Ja, ganz normal weiter arbeiten gehen und alles so weiterführen. Das heißt, heute Abend noch ein, zwei Bierchen, aber morgen geht es dann schon wieder ran ans Werk? Ja, je nachdem wie spät es wird, entscheidet sich dann morgen, ob ich dann auf die Arbeit gehe oder noch einen Tag Urlaub nehmen würde. Das Schöne ist, sein Arbeitgeber ist auch völlig dartsinfiziert, hatte bei der Weltmeisterschaft damals auch ein Good-Luck-Video ihm geschickt. Also ich glaube auch, wenn die zugucken, er dürfte morgen auch dann frei machen. Gratulation nochmal, wirklich großen Respekt. Es war großartig, was wir gesehen haben, auch dank Dragutin Horvath. Und ich hoffe, dass er auch noch ein paar Sekündchen für uns Zeit hat. Da gibt es von der Studio-Crew auch Applaus. Wenn jetzt hier Zuschauer gewesen wären, dann hätten alle wirklich gestanden und euch beiden hier einen großen Empfang bereitet. Dragutin Horvath, natürlich ist man enttäuscht, aber ich glaube, der Sport war fast der ganz große Sieger. Trotzdem, wie bitter war gerade dieser Moment, den wir nochmal gesehen haben. Sie waren ja einen Millimeter von London entfernt. Von vorne weg, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Super zurückgekommen, super gekämpft. Also beide hätten was verdient, bin ich mir der Meinung. Er hat es halt gemacht. Glückwunsch und viel Spaß in London. Alles Gute, kommt von ganzem Herzen. Ja, was heißt enttäuscht? Ich war schon mal enttäuschter, wo ich gegen Marjanovic verloren habe. Das war eine deutliche Niederlage. Diesmal war es wenigstens mal spannend. Und ich hatte meinen Matchstart, gut, habe ich geschenkt bekommen. Er hatte vorher schon drei. Ich hätte es mir gewünscht, wäre reingegangen, aber halt, ist so wie es ist, so ist es. Millimeter daneben, ist auch daneben. Trotzdem, ein großes Kompliment für Ihre Leistung in all den Wochen. Und vielleicht noch ein Wort zum Sieger. Wir haben vorhin Michael van Gerven auch gehört, der auch Nico Kurz sehr gelobt hat, aber auch ihm mitgegeben hat, der Junge muss noch eine Menge lernen. Sie sind rund 20 Jahre älter, haben auch viel mehr Erfahrung. Wohin führt sein Weg? Was glauben Sie? Naja, er hat aber noch viel Zeit zum Lernen, also das ist nicht das Problem. Also Zeit hat er, das wird er auch machen. Mit seinem Talent, was er hat, steht ihm nichts im Weg. Na, dann drücken wir die Daumen. Der Mann fährt auf jeden Fall nach London. Ich bin ja auch sein Fan. Guck mal, wenn der, der im Finale verliert, dann noch der Fan ist, dann gibt das doch und rundet diesen Abend ab. Wir sagen nochmal Gratulation, wirklich viel Erfolg dann in London. Und wir werden das Ganze natürlich live begleiten, hier wieder auf Sport 1. Der Titelverteidiger schlägt wieder zu. Euch beiden Kompliment.